Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Mittwoch, der 5.9.2018, um 6.27 Uhr. Noch 23 Tage, dann werde ich 40. Ich will das nicht, aber es ist nicht aufzuhalten. Die Zeit ist nicht aufzuhalten. Genauso wie es nicht aufzuhalten ist, dass ich mich in jedem Vlog in die Haare fasse. Ich glaube, das ist besseres Deutsch. Sparrow, es tut mir leid, falls sich dir gerade die Fußnägel hochgerollt haben, aber es ist noch früh am Tag. Ja, man merkt übrigens, dass es immer später heller wird. Also wenn ich so nachdenke, vor einem Monat oder anderthalb Monaten war es um 5 Uhr schon richtig hell. Und jetzt haben wir es 6.30 Uhr und es ist immer noch relativ dunkel. Mag auch an den Wolken liegen, dass die die Sonne, die da so langsam am Aufgehen ist, nicht so durchlassen. Aber es ist schon deutlich, dass es auch schwerer fällt, so früh aufzustehen. Ich glaube, ich muss meinen Arbeitsaufsteh-ins-Bett-G-Rhythmus irgendwie umstellen. Keine Ahnung. Mal gucken. Ja, heute ist wie gesagt Mittwoch. Mit viel Glück ist heute auch schon mein Freitag, denn ich habe gestern noch Urlaub eingereicht und meine Chefin meinte, hier, wie sieht es denn aus? Fährst du irgendwo hin oder? Und ich so, nö, ist einfach nur ein bisschen zum Erholen, zum Runterkommen. Und dann meinte ich, okay, reicht den erstmal ein. Und im Zweifelsfall, da sind wir uns beide einig, kann es sein, dass ich ein oder beide Tage nicht nehmen kann, weil wir so an Personalmangel leiden, dass es einfach nicht geht. Aber wir werden mal schauen. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass ich morgen und übermorgen ausschlafen kann. Schön wäre es ja. Dann hätte ich auch mal wieder Zeit, mich zu rasieren und so. Ja, meine Hemden habe ich mittlerweile bekommen. Die liegen ja seit, oder lagen seit Donnerstag bei meiner Nachbarin hier, die immer nicht vor elf, zwölf nach Hause kommt. Und gestern Abend irgendwann gegen elf stampfte sie wieder die Treppen hoch. Ich finde das erstaunlich, wie so eine kleine, zierliche Frau so viel Krach machen kann. Aber egal. Ich war wach und dachte mir so, oh, das ist bestimmt die Nachbarin. Bin halt halb schlafend aufgestanden, habe nochmal eine Hose angezogen, bin hoch und habe meine Hemden abgeholt. Jetzt nach sechs Tagen oder so, die, die da liegen. Ja, Stefan hatte gestern zwei WG-Besichtigungen. Eine in Neukölln, glaube ich, und eine in Lichtenberg. Mal gucken, was er mir heute, beziehungsweise morgen davon erzählt. Äh, ich habe gestern ein neues Spiel angefangen. Äh, Phantom, äh, noch was. Phantom, bla. Irgend so ein Klon von XCOM, äh, der in den 80er Jahren spielt. Und man spielt entweder CIA oder KGB und muss so mit Geheimagenten agieren. Äh, ist echt schön gemacht. Ich fand's sehr stimmungsvoll bisher und wir haben gestern das Tutorial und die erste Mission gespielt und jetzt sind wir in der Basis angekommen und können uns die mal anschauen, was wir da so machen. Im Netz gibt's noch nicht so viel davon, weil das Spiel relativ neu ist. Hat hier und da ein paar kleine Bugs. Ich hab gestern noch vor dem Einschlafen, äh, so ein Review gelesen, dass es hier und da ein paar Probleme mit dem Spiel gibt, aber man hofft auch auch, dass die irgendwann rausgepatcht werden. Ein Problem, was ich festgestellt hab bisher, ist, dass, äh, wenn man raus tappt aus dem Spiel, dass es dann gerne mal abstürzt. Ja, das muss ich wohl dann, zumindest wenn ich das streame, verhindern. Ja, und das haben wir gestern zwei Stunden gespielt. War ganz schön. Und ich bin jetzt ein bisschen in der Serie Jack Ryan auf Amazon Prime gefangen. Äh, da gibt's irgendwie, äh, eine neue Serie. Okay, und nicht nur, weil ich, äh, oh shit, was mache ich hier gerade? Nicht nur, weil ich, äh, 400 Bits dafür geschenkt bekomme, dass ich die erste Folge schaue. Ich finde, es ist, äh, äh, ganz spannend gemacht bisher. Spannend war das Wort, was eben so ein bisschen abgehackt war. Ja, und dann gucken wir mal, dass ich vielleicht die nächsten Tage da auch ein bisschen weiterkomme. Äh, äh, heute Abend habe ich eingestellt, dass ich Empire TV Tycoon spiele. Auch ein wunderschönes Spiel, eine, ein Klon sozusagen von Mad TV habe ich damals richtig gesuchtet. Und das werde ich heute mal anspielen und mir angucken. Und dann schauen wir mal, was es die nächsten Tage so gibt. Morgen habe ich Fortnite angedacht scheinbar. Und die nächsten drei Tage danach, Freitag, Samstag, Sonntag, wissen wir noch nicht, wann und was wir spielen. So, ich werde jetzt mein Video hochladen, dann gehe ich ins Büro, dann wird heute ein bisschen was gearbeitet. Und dann ist eventuell schon Wochenende. Mal schauen. Also, habt alle einen schönen Mittwoch. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns heute Abend bei einem Stream in einem Fernsehstudio, was auch Filme und Serien produziert. Also, bis dann. Habt eine schöne Zeit. Ciao. Ciao. Ciao.